Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich ein Reisebett aufbaut und somit zum Beispiel das Haug Babybett richtig zusammenbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Prinzip ist eigentlich bei fast allen Herstellern dasselbe. Zuerst einmal müssen wir natürlich das Reisebett aus unserer Verpackung rausnehmen und dann können wir auch schon sehen, dass wir hier außen unsere Matratze einmal mit diesen Klettverschlüssen auch dementsprechend lösen können und natürlich dann auch abmachen. Danach müssen wir unser Bettchen einmal umdrehen und somit auch aufstellen und jetzt geht es einfach darum, dass wir es an den Ecken einmal schon grob auseinanderziehen und zuerst sollten wir uns mit den kurzen Außenteilen beschäftigen. Hierfür einfach mal mit der einen Hand die eine Ecke nehmen, mit der anderen Hand bzw. mit meinem Ellbogen stütze ich mich gerne auch auf dem anderen Eckteil ab und dann kann man es auch schon nach oben drücken, bis es hörbar einrastet. Ich weiß, bei neuen Modellen schaut es relativ einfach aus, doch bei älteren kann es auch sein, dass man etwas mehr Kraft nach oben aufwenden muss und das machen wir jetzt mal mit allen Seitenteilen hier. Im nächsten Schritt müssen wir mal das Element, was sich in der Mitte mit der Schlaufe befindet, ganz nach unten durchdrücken, bis das Bett wirklich auch einen stabilen Eindruck macht und zum Schluss wird die Matratze noch richtig herum ausgelegt und je nach Modell wird es noch am Boden mit speziellen Klettverschlüssen fixiert und somit haben wir auch schon ein Reisebettchen richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause übrigens so ein neues Reisebett zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den Produkten von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.